Hallo, ich bin der Niko und habe The Dive Connection seit 14 Jahren in El Guna. Harley fahren hier in El Guna ist der Hammer, aber dafür bin ich nicht hier. Shoppen in El Guna ist zwar super, aber deswegen sind wir mit Sicherheit nicht hier. Burger essen in El Guna ist der Hammer, aber dafür sind wir nicht da. Wir fahren raus auf Tagesausfahrten mit unserer King 2. Ein sehr großes geräumiges Boot, das auch nicht vollgestopft wird. Und deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier. Und deswegen sind wir da. Das war mal. Bis zum nächsten Mal. Eine sehr familiäre Basis, wir haben zu über 85% Stammgründen und es ist ein PADI-IDC-Center, das heißt wir bilden aus von Beginn an bis zu Tauchlehrern, Tauchlehrer Weiterbildung, sind spezialisiert in Kreislaufgeräte und alles was tief ist, technisches Tauchen, das macht halt sehr viel Spaß. Der Standort ist halt perfekt für mich. Helguna ist vom Angebot, was man hier machen kann, von den Restaurants her, kulinarisch, von der Anlage, mit das Beste, was ich je gesehen habe, es ist hier sauber und sicher. Untertitelung des ZDF, 2020